so meine liebe freunde hallo spiral rage lp wieder hier endlich wieder das wird heute leider keine lp weil mein gamer pc momentan in der wegstadt ist weil er sich ein virus eingefangen hat ich weiß auch nicht wieso er blutet nicht mehr also naja aber die gute nachricht ist ihr vielleicht schon bemerkt habe meine videoqualität ist um welten besser das liegt daran dass ich mir eine systemkamera von sony die nx20 geholt habe die fand ich eigentlich ganz gut und ja also die zwischen filmsequenzen werden jetzt immer besser und ich überlege noch ob ich mit der kamera vielleicht mal aufnehmen wie ich auf der ps3 zock oder so auf jeden fall bin ich sehr zufrieden mit der kamera und ja das ist die hauptsache ja also wie gesagt heute kein lp deswegen habe ich mir gedacht sprach ich einfach mal irgendwie rum und ja ich hoffe es stört euch nicht allzu sehr dass das rumgespacke dass ich das ein paar tage früher gemacht habe und das das noch mit meiner iphone kamera aufgenommen hat aber ich denke mal das dürfte nicht allzu schwer sein also nicht allzu schwerwiegend ich glaube ich habe ich mir gedacht das ist doch einfach viel spaß noch mit meinem rumgespacke rüe rumgespacke ne ähm ja ja okay das sind der Kuchen äh ja die esse ich jetzt einfach äh im Abgang leicht leberig oh fuck Neue Auffassung von Rap die einzigartige Trixie Willkommen DJ Tügel kipp den Beat 5 6 9 yeah Straße war gestern du siehst mich im Borg häng im World Wide Web das ist kein friedlicher Ort Opfer wag einen Blick auf die oberen Länge schieben Respekt ich bin Forenlegende hier ist mein Revier hier wirst du abgezockt mein Account, meine Videos, mein Space, mein Blog bist du nicht von hier bist du leicht Truck & Bug ich bin hier aufgewachsen Mann das ist mein Schlaf wenn dann hier hab ich alles was ich brauch Spaß und Anzen und die geilsten Frauen der Welt die einfach alles für mich machen von Tony at ICQ gebührt mein letzter Prenn ich er besorgt alles ich bin Crack und Patch abhängig Manni 86 gibt mir nützliche Tipps Silverpin schickt mir immer witzige Clips meine Homes wichtig ist dass die Connection hängt nie alleine doch privat die perfekte Welt andererseits kann jeder Bauer in den fremden Bergen meine Seite besuchen und mich kennenlernen es macht klick klick und ich kann was aufführen um berühmt zu sein muss ich nicht vor die Haustür gehen nö ich hab keinen Bock in der Kälte zu frieren nein ich hab keinen Bock mein Geld zu verlieren nein ich hab keinen Bock zu telefonieren ich kann mit Internet und die Welt ich kann was aufführen um berühmt zu sein muss ich nicht vor die Haustür gehen nö ok das war's auch schon von SpyroHLP für diese Woche denke ich nächste Woche werden wieder ein paar mehr Videos kommen weil ich da auch mein PC wieder zurück habe tut mir auf jeden Fall leid dass ich nicht so viele Videos hochladen konnte um genau zu sein habe ich diese Woche glaube ich nur 2 hochgeladen ok also wir sehen uns nächste Woche euer SpyroHLP und tschüss